Und da bin ich auch schon wieder. Wie gesagt, ich muss ganz schnell mal schneiden. Aber ich hab da ja gerade gesehen, wie völlig das kann. Ohne dass das von Kampfblock nicht verloren gesagt ist. Aber etwas ist verloren gesagt. Nämlich, dass meine Spülmer via nicht täckeln konnte, weil du bist schon. Die ist so doof, dass du bist, also keine Ahnung. So, wir wissen jetzt immerhin, welcher der Richtige ist. So, und einer. Gut, wenn man da so rein stampft, dann kann das eins auch nicht anders sein. Und wir kämpfen wieder gegen Entorns. Was uns allen sehr gefällt, Entorns. Unglaublich, wie lange der Tum eigentlich ist. Ja, jetzt hat sie Gegengefühle. Schau auf uns. Wie soll denn sie ihre Zauber so schnell? Und ich meine so langsam. Da hab ich doch schon. Ach, stimmt, ich hatte ja mal Deflect gelernt. Und da war ja was. Und diese Entorns hat wirklich nicht stammt. Und es geht, ja, in den Tor. Und da ist deine Kiste. Eine Tower des Kyufu. Wir können endlich ein neues Monster fangen, was vielleicht besser ist als meine Dingstar-Schlange. Hm, mir scheint es vier, zwei Tum zu geben. Nein, eine. Aber okay, zwei, wenn man fast zoomen. Sieht eigentlich niedlich aus. Und wieso hab ich das Gefühl, dass die jetzt verschwindet ist? Jo, sag ich ja. Alle verfehlen, cool. Gut, gibt's halt keinen Platz. Sollte aus dieser Tür raus, weil... Auch nicht scheint das eine... ...falsche Tür zu sein. Sollte aus dieser Tür raus. Das hat jetzt gedauert. Naja, auch zu den Entorns, mal wieder. Ja, du hast verfehlt. Äh, nicht verfehlt. Du kannst es gar nicht einsetzen. Du wissens. Und das war's wohl schon. Ja, ja, ja. Gut, schauen wir doch. Mefful ja und... Oh, Frostslash. Jo, schön. Funktioniert vermutlich perfekt gegen Feuerliefer und gar nicht gegen Eisgegner. So, mal gucken. Da geht's runter. Da ist ein Gang. Und da geht's nicht lang. Dann geht's eigentlich nur noch runter. Wie viel kostet mich denn denn? Boah, sechs. Dann bin ich ja fast tot, wenn ich den einsetze mit meiner AP. Wenn ich... Boah, das ist ja. Ja, ja, du kannst es nicht. Wir wissen's. Wo ist das tot, wenn man... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.